Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, euer Anka Sof und heute gibt es ein DM-Anbausing. Ich habe bei DM bestellt und es hat so unfassbar lange gedauert, bis dieses Paket erst beim Klausel ankam. Ich habe über eine Woche gewartet und ich wollte diese Produkte unbedingt, unbedingt haben. Ich war in verschiedenen DM-Märkten wie immer und die gab es halt da nicht und deswegen habe ich das bestellt. Ich glaube, es ist ja zwei bis drei Tage später, glaube ich, ist es da. Ja, hat dann doch länger gedauert, aber ich würde sagen, guck noch direkt rein, weil ich kann es kaum abwarten. Ich habe das Paket jetzt schon seit gestern hier stehen und ich wollte es die ganze Zeit aufmachen, aber ich wollte das natürlich mit euch zusammen machen. So, ungefähr fünf Stunden später, ich habe es geschafft, das Paket aufzumachen und ich wollte nur nicht reingucken, denn das dürft ihr, als erstes bei jedem Paket Papier und dann eine runde Mischung. Okay, die erste Sache ist schon rausgefallen. Wir haben hier von Balea das Feuchtigkeitskonzentrat. Mildert, Trockenheitspeilchen mit Algen-Extrakt und Olivenöl, Pytho-Kick, sein welcher Haut und frischer Ausstrahlung. So sieht das aus, das benutze ich schon Ewigkeiten und das habe ich mir ein paar Mal gekauft. Zehnmal habe ich mir das Ganze bestellt. Dann habe ich mir zweimal noch die Beauty Beauty Boost Tuchmaske bestellt. Und das ist ja diese neuere Limited Edition als Tuchmaske und die, ich bin so gespannt, das auszuprobieren. Ich habe die ja wirklich überall gesucht, noch habe ich die ja letztens einfach durch Zufall in einen DM-Markt bekommen und direkt mitgenommen. Dann haben wir fünfmal von Balea eine Maske Tropical Dream. Erfricht die Haut mit Wassermelonen und Sternfruchtextrakt, Feuchtigkeit spendend für jede Haut. Das ist eine Limited Edition und wie schön sieht die bitte aus. Die habe ich mir fünfmal gekauft. Eine ist schon runtergefallen, aber die habe ich auch gekauft für eine kleine Verlosung, die ich machen möchte. Also wenn ihr da Interesse habt, seid hier gerne aktiv, guckt weiter meine Videos und ansonsten könnt ihr gerne auf meinen Insta vorbeischauen. Da findet es öfter mal so kleine Verlosungen statt. Dann haben wir hier noch zwei Lippenpflegen. Einmal Happy Melody Lippenpflege mit blumigem Frucht, mit blumig fruchtigem Duft, zarte Lippen. Und es ist so süß mit diesen Beeren da oben drauf, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Limited Edition. Limited Edition finde ich immer richtig gut, kaufe ich immer von Balea. Und hier haben wir noch eine Limited Edition von Balea Melody Love Lippenpflege mit dem Duft nach Wassermelonen, zarte Lippen. So sieht die aus. Ja, auch nicht für mich gedacht, sondern für eine Verlosung. Dann haben wir hier die Produkte, die ich überall gesucht habe, seit es sie gibt. Und zwar hat Sophia Tilia eine eigene Marke jetzt rausgebracht im Sinn von Hautpflege. Die heißt Skinimalist. Skinimalist? Irgendwie so. Da haben wir hier einmal die Nachtpflege. Retino Vitamin C. Regenerierend und pflegend. So sieht das Ganze aus. Und hinten ist auch ein Bildchen drauf. Es gibt vier verschiedene. Ich habe drei Stück bekommen, weil es eine ausverkauft war. Hier haben wir das hellblaue ist eine Tagespflege. Hyaluron und Vitamin B6 spendet Feuchtigkeit. So sieht das aus. Und dann haben wir noch ein Serum. Niazimide und Hydro Komplex. Porenverfeinernd und ausgleichend. Und ich muss sagen, ich fixe einfach nicht hin, diese Worte immer so richtig auszusprechen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und das krasse ist, das sind alles Sticks. Also seht das alles als Stickform. Das finde ich super praktisch. Wir machen jetzt einfach einen schon mal auf. So sieht das Ganze aus. Porenverfeinernd und ausgleichender Gesichtspflege Stick. Anwendung. Morgen und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Bei Bedarf zusätzliche Gesichtspflege auftragen. Augenpartie ausschwaben. Aber es hat auch einen sehr guten Verschluss. Und oben drauf ist dann immer hier so ein Käppchen, das man so abmachen kann. So. Und dann hat man hier halt die Pflege. Und es fühlt sich, es fühlt sich so geil an, Leute. Wirklich, dass es... Ich liebe ja solche festen Sachen. Weil die kann man immer super einfach für unterwegs mitnehmen. Die könnte ich einfach in eure Tasche schmeißen. Du musst keine Sorge haben irgendwie, dass das ausläuft oder irgendwas anderes. Und es fühlt sich super, super schön an. Also die werde ich auf jeden Fall noch testen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das war nicht der einzige Grund, warum ich bestellt habe. Denn Juti hat neue Augenfälle. Und die wollte ich über den Karten. Wir haben hier... Das sind so grüne. Die heißen Joy of Jungle. Das sind sehr ausgefallene, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Also hier ist auch extra drauf gezeigt, wie man die verwenden soll. Davon habe ich mir ein paar bestellt. Zehn Stück, um genau zu sein. Ähm, ja. Bin sehr gespannt. Probier ich später auch direkt aus. Dann haben wir hier gelbe. Ähm, das ist Generation of Glow. Die sehen auch sehr, sehr wild aus. Ich finde sowieso, Juti hat momentan so geile... Also ich liebe Juti, seit die da sind. Seit ich das erste Produkt von ihnen getestet habe. Und deswegen... Ich bin einfach nur begeistert von denen. Da habe ich mir auch zehn Stück von bestellt. Dann haben wir hier noch das Power of Passion. Und das sind halt dann wieder so Herzen. Herzen glaubst du schon mal. Ja, und die sind mit Glitzer. Ich würde jetzt einfach mal raten. Habe ich auch zehn Stück von? Ja, auch zehn. Und zum Unterletzt haben wir dann noch zehnmal die Angels of Attraction. Und das sind so blaue Flügel mit Glitzer. Und wie schön sehen die bitte aus? Also... Und hier ist auch einmal noch so... Die Pilebröhrchen. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich das dazu gestellt habe. Das sind die ganz normalen blauen Album Pads. Das sind auf jeden Fall zehnmal die Krügel. Ich weiß nicht, ob ich mich da verklickt habe. Oder ob das ein Versehen war von denen, dass das dazu gekommen ist. Und ich sage auf jeden Fall nicht Nein dazu. Ich liebe die UTI Pads. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Produkte von Sophia Thiel. Das war tatsächlich auch schon alles, was in dem kleinen Paket drin war. Ich wollte es trotzdem mit euch teilen, weil ich es einfach immer wieder super spannend finde, was es für neue Produkte gibt. Wenn ihr die Produkte vielleicht sogar auch schon getestet habt oder unbedingt testen wollt, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Ankershoff. Tschüss. Tschüss. Tschüss.